Hallo, Bernhard Victorin bei Pandemix Volume 7, 7, 7, 7, wir haben es das schon gemacht, es ist die letzte Folge, leider schon die letzte, aber wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss, kennt jeder den Spruch, ja, ich weiß jetzt nicht, warum es mir auffangen haben lassen heute, aber das bedeutet, das bedeutet, dass die anderen, die nach mir kommen, noch besser sind, also es wird ein Feuerwerk, ein Feuerwerk wird es heute, es wird grandios, ich freue mich schon auf alle Kollegen und Kolleginnen, die kommen und vor allem freue ich mich, dass ihr alle da seid, also wir spielen heute, Musik und Kabarett von uns zu Haus, zu euch, nach Haus, die Theater sind zu, ihr könnt nicht zu uns kommen, aber ihr werdet uns trotzdem nicht los, wir sind immer noch da, ich habe mich sogar rausgeputzt für diesen tollen Anlass und ich bin wirklich froh, also dass ihr jetzt da seid, ich weiß jetzt nicht, wo ihr genau seid, also vielleicht bin ich schon bei dem einen oder bei der anderen im Bett dabei, ich weiß nicht, wo der Laptop ist, oder es sind noch welche, irgendwelche so Homeoffice-Heroes dabei, die noch immer am Schreibtisch sitzen, wahrscheinlich sind eh die meisten mit dem Handy am Heißel, mir ist es wurscht, mir ist es wurscht, es ist, schaut was wollt, hauptsache ihr seid da, hauptsache das Publikum ist da, das ist, weil endlich, endlich, endlich darf ich wieder vor Leid spielen, endlich, ich bin zwar allein da, aber, aber endlich wieder vor Leid, warum sage ich die ganze Zeit endlich und allein, weil, ganz subtil, so heißt mein Soloprogramm, endlich, allein, ja, also so würde es heißen, wenn ich spielen könnte, wenn ich es überhaupt einmal schon gespielt hätte, es hätte nämlich am 13. März Premiere gehabt und, ja, das war ein Freitag, Freitag der 13., aber doch, das ist ein guter Termin, das merkt ja jeder und was soll sein, was kann passieren, ja, eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit war dann, ähm, das war so, so, so eine ganz kleine Kleinigkeit, also wirklich kleine, ganz kleine, äh, also kleiner als der Kickl, wirklich, das war so klar, das hast du nicht einmal gesehen, aber es hat gereicht, dass ich nicht spielen durfte und so zieht es in den Genuss einer sogenannten Sneak Preview, ihr seht es vorab etwas, was es eigentlich schon seit zwei Monaten geben sollte, also ihr seht es vorab, die Premiere von vor zwei Monaten. und ich hab mir gedacht, wenn schon so viele Leute da sind, dann mach ich eine Nummer, eine interaktive Nummer, ja, mit, mit euch zusammen, weil die ganzen anderen Lieder, die kann ich ausüben und spielen, das ist kein Problem, aber die, die braucht Unterstützung, da brauche ich euch, Publikumsgesang und wenn ihr da seid, haben wir da, ist ja perfekt, oder, das habe ich, habe ich klug durchdacht, wenn, wenn Leute da sind, dass man das macht, äh, der Titel heißt Manche, aber schon, und das ist auch genau euer Text, ja, den müsst ihr jetzt immer singen, könnt ihr immer singen, das ist ja das Geilste, ihr könnt jetzt mitsingen, auch wenn es euch normalerweise peinlich ist, ihr seid ja jetzt daheim, es hört euch keiner zu und, und ihr könnt es mitsingen und wenn ich dann einmal live spiele und ihr seid hoffentlich dabei, dann seid ihr die Besten, weil ihr könnt es schon, also, viel Spaß. Ihr könnt es auch gern, manche aber, aber schon auch in den Chat schreiben, wer die meisten schreibt, wer zu viel schreibt, ist die signifiziert, also genau aufpassen, wie oft es vorkommt. Nicht jeder Rode hat einen Bierbauch, manche aber schon, nicht jeder Grüne ist dauernde Kraft, manche aber schon, nicht jeder Blaue ist ein Nazi, manche aber schon, nicht jeder Sport, sie hat ein großes Spatzi, manche aber schon, habt ihr gemerkt, der letzte Satz war zweideutig, war super, aber jetzt ohne mich. Nicht jeder Raucher stirbt an Wundbrand, nicht jeder sagt zum Samstag Sonnamt, manche, nicht jeder Schweizer hat ein Taschenfädel, manche, nicht jedes Birstl ist ein Hurentag, Hurenhädel, manche aber schon, ja, manche Birstl sind ja heutzutage schon aus Dofu, gell, drum, pass ma auf, mit Vorurten, wenn man die Welt nur in Schwarz und Weiß unterteilt, bleiben uns nur falsche Klischees. Die Wirklichkeit ist viel, viel bunter, doch geht das Individuelle in der Masse oftmals unter, solange das so ist, kommen noch ein paar von meinen Schmerz. Nicht jedes Mädel kauft gern Schuhe, manche aber schon, nicht jeder Schatz liegt in einer Trobe, ach, ja, manche ringen an der Urne, weiß nicht, nicht jeder Mann schaut gerne Fußball, nicht jede Jungfrau gebärt im Kuhstall, manche aber schon, mein Lieblingsrein, ja, angeblich stimmt das, ja, angeblich laut dem alten Büchel, ne, apropos, nicht jedes Wort ist blöd im Koran und der Bibel, nicht jede Schwuchtl ist sensibel, nicht jede Lesbe Volküre, nicht jeder Rockstar hat eine Lüren, drum, pass ma auf mit Vorurten, wenn man die Welt nur in Schwarz und Weiß unterteilt, bleiben uns nur falsche Klischees. Die Wirklichkeit ist viel, viel bunter, doch geht das Individuelle in der Masse oftmals unter, solange das so ist, kommen noch ein paar von meinen Schmerz. Bravo! Super, macht sie mit! Ein Strophen geht noch, oder? Nicht jeder Pole fladert Autos, manche aber schon. Nicht jeder Ninja tötet lautlos, manche aber schon. Nicht jeder Japse isst gern so schön, manche aber schon. Nicht jede Frau rasiert die Achseln, manche aber schon. Was hast du glaubt, dass ich sing, ha? Schweintl. Apropos Schwein. Nicht jeder Jude tragt die Zopferl, manche aber schon. Nicht jedes kleinen Kind zielt ins Topferl, manche aber schon. Nicht jeder Moslem plant ein Anschlag, manche aber schon. Nicht jeden Störz, wenn ich nix anhab' manche aber... Wirklich? Versteh's, kann einschüchternd wirken. Wie schaust'n du? Hallo? Nicht jeder Schlampen ist auf Tinder. Nicht jeder Priester steht auf Kinder. Nicht jedes Kind verdient erwatschen. Nicht jedes Publikum, da wird jetzt klatschen. Dieses aber schon. Ich bin mir sicher, ihr wart sicher großartig. Also so wie ihr gesungen habt, ihr müsst zu mir jetzt live kommen ins Theater. Sobald ich wieder spielen kann am Sonzufielten, irgendwann im Theater, das dann aufsperren kann, da kommt sie dann und ein Dreifach rein. Jetzt aus dem Ärmel geschüttelt. Also ich freue mich auf euch. Bis dahin stalkt's mich auf Facebook oder auf Insta oder wo auch immer, ihr könnt's mich. Ihr könnt's mich alle. Wirklich. Also ihr könnt's mich alle überall finden. Auf YouTube bin ich ja, schaut euch die Videos an, wie ihr euch nicht fahrt. Es wird euch garantiert auch heute am Abend nicht fahrt, weil es geht jetzt weiter. Ich glaube der Leo ist der Nächste und es kommen noch viele Kollegen und Kolleginnen innen und außen. Innen und außen. Sehr lustig. Na und aus, will ich eigentlich sagen. Viel Spaß mit den Kollegen und Kolleginnen noch. Ich bin fertig und aus. Danke fürs Zuschauen. Baba. Achso scheiße. Ich muss ja rausschütten, muss ja auch noch. Warte. Ja. Bin gespannt, ob ich so berühmt bin, wie die Freundin von Viktor Gernot. Vielleicht komme ich auch hier mit den Unterhosen. Baba. Peter. Ich danke fürs Zuschauen. Ja. Ich bin schon live. Das habe ich nicht mitbekommen. Weil. Ah. Ja. Okay. Fritz Cäsar. Ja. Furchtbar, wenn man immer aus der Vergangenheit spricht. Aber wenn man selbst noch nicht da ist. Wurscht. Ich habe da oben ein Buch über Zeitreisen. Wir können das dann gemeinsam vielleicht einmal nachschlagen. Bernhard Viktor Winn war das gerade. Er hat mich richtig angekündigt. Ich bin der Leopold Thoriser. Ein Teil von diesem Duo. Thoriser und Handler müssen Sie sich nicht merken, weil es ist ja ohnehin alles gestorben. Kabarett ist tot, liegt am Boden, liegt in Scherben. Bitte geben Sie mir vielleicht irgendwelche Themen. Ich möchte das interaktiv gestalten. Beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Ich werde da kurz diese eine Minute, bevor Sie irgendwas geschrieben haben, mit Alkohol überbrücken. Den ich eine Minute in der Vergangenheit trinken werde. Das ist übrigens ein Whisky, den mir der Martin Gamon geschenkt hat, weil er gesagt hat, das erträgt er nicht, dass ich so schlechten Whisky trinke hier in meinen Livestreams. Das ist sehr nett. Und dadurch habe ich jetzt einen guten Whisky hier. Ich habe schon wieder nichts vorbereitet, wie Sie merken, weil ich damit auch gute Erfahrungen gemacht habe. Vor allem die Erfahrung, dass es sehr wenig Arbeit ist, nichts vorzubereiten. Michael Pichler schreibt, Rideo ist live. Das bin dann in dem Fall wohl ich. Pandemics eines der abgesagtesten Events 2020, weil es sind ja auch irgendwie alle anderen Events abgesagt. Ich bin froh, dass ich das hier machen kann auf Facebook, weil hier darf man noch Alkohol trinken. Viele Kollegen sind jetzt auf Twitch ausgewichen, weil man da Geld verdienen kann tatsächlich von zu Hause aus. Im Fall der Fälle, wenn es sehenswert ist, was man da macht. Und da sollte man aber keinen Alkohol trinken auf Twitch. Das sehen die nicht gerne. Das sind ja Amerikaner und die haben das alles gerne ein bisschen züchtiger. Prost, Prost, liebe Annette. Ich hoffe, es geht dir gut zu Hause im Exil, wobei wir arbeiten. Ja, wir dürfen ja arbeiten. Wir sind Archäologen. Ich darf es ja ganz offen sagen. Wir stehen in Gatsch und Dreck, wurscht ob Pandemie oder nicht. Die Krise ist eine Chance. Sagt man. Und ich habe das das letzte Mal schon ein bisschen zerpflückt, weil da kommt uns nämlich in der Pandemie noch die Leistungsgesellschaft besuchen mit diesem Spruch. Die Krise ist eine Chance. Mach was draus, weil wenn du nichts draus machst, dann bist du ein Versager. Das ist schön. Und genauso fühle ich mich jetzt auch schon die letzten eineinhalb Monate. Ich bin zu Hause gesessen und habe nichts zu Wege gebracht. Gar nichts. Du kannst immer behaupten, es ist Apfelsaft. Ich kann immer behaupten, es ist Apfelsaft. Nur wird Apfelsaft dann nicht die Wirkung zeitigen. So nach einer Stunde, eineinhalb, die dieses Getränk hier zeitigt. Ich sage es nochmal. Das ist ein Whisky der Marke Jura. Ein wirklich guter Whisky. Sie haben es gesehen. Ich habe das Gesicht nicht verzogen. Diesmal ist es wirklich ein gutes Getränk. Ja, es wird nicht lustiger bei mir. Ich werde hier heute nichts Lustiges erzählen. Ich habe auch nichts vorbereitet. Und es ist ja auch nicht lustig. Nicht wegen dieser Krankheit Covid-19, sondern wegen Menschen, die auch sich hier im Internet tummeln, weil woanders beginnet man ihnen ja jetzt momentan nicht so sehr. Und die wirklich so ihre geballte Dummheit wieder einmal rauslassen. Und ich habe festgestellt, wenn wir nicht alle solche Narzissten wären, das beruht ja alles auf einer narzisstischen Kränkung, auf der fünften, nämlich auf der fünften großen Kränkung der Menschheit, auf der epistemologischen Kränkung. Das ist die Kränkung, die wir empfinden, weil wir, wie soll man sagen, die Dinge, die über unsere kleine Welt hinausgehen, nicht begreifen können. Wir sind im Mesokosmos gefangen und der Mikrokosmos zum Beispiel, ja, so Viren und so. Das erschließt sich uns nicht. Da müssen wir uns darauf verlassen, was uns andere Leute sagen. Gescheite Leute, die sich vielleicht auch schon ihr ganzes Leben damit beschäftigt haben. Aber sowas mögen wir natürlich nicht, weil wir wollen gerne selber klug sein und Dinge wissen. Und da recherchieren wir dann im Internet und schauen, ob wir was finden. Und dann finden wir auch was. Und das erscheint uns irgendwie arg und logisch, auf unsere eigene Weise logisch. Und das posten wir dann auf Facebook. Und andere Leute sagen, ja stimmt, arg, alles erfunden, diese Sache und so. Und posten das wieder weiter. Und so verbreitet sich der Wahnsinn über die Welt. Und darum finde ich es so merkwürdig, dass viele Leute glauben, dass Star Trek die realistischere Fiktion ist als Star Wars. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Stellen Sie sich vor, Star Trek, eine friedliche Galaxie. Ja, da gibt es eine friedliche Weltregierung. Und durch Diplomatie sind viele Planeten miteinander verbunden in der Sternenflotte. Und das ist alles sehr, wie soll man sagen, auch technologisch sehr optimistisch. Das ist völliger Blödsinn, wie sich langsam herauskristallisiert. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ich nenne das das Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ich mag dich, Leo. Also ich bin gefeuert. Ich muss jetzt schon aufhören nach 6 Minuten 43. Ich versuche da immer irgendwas rauszulesen. Aber das ist, weil ich paranoid bin. Und das sind Sie wahrscheinlich auch. Also viele von uns sind auch ein bisschen paranoid. Alles, was die Menschen über uns sagen, ist eigentlich böse gemeint. Auch wenn es nicht sein könnte. Ja, ich vermisse hier ein bisschen Interaktion. Ich habe gerne ein bisschen Interaktion, auch wenn sie erst eine Minute später kommt. Aber ich weiß nicht, über was soll ich denn sprechen? Zehn Minuten sind in einer sehr kurzen Zeit. Ich versuche ja eh schon sehr viel in sehr kurzer Zeit zu sprechen hier. Es kommen heute noch tolle Künstler hier. Ich versuche mir jetzt kurz einmal das Zwischenmodell. Sehe ich aber nicht. Sehe ich nicht, weil ich hier wieder alles zugemacht habe. Die Gucki-Hofbauer, glaube ich, kommt nach mir. Ja, Artino Bachinger, Elias Werner, Homay und Sefat. Die Hälfte von den Leuten kenne ich gar nicht. Aber das macht nichts. Sie ist ja heute auch schon das letzte Mal. Sie müssen sich das nie wieder anschauen. Haha, schön, Kabarett. Hey, eine sterbende Kunst. Sie ist ja auch momentan. Momentan so ist ja das politisch unkorrekt sein auf der Kabarettbühne und Dinge sagen, die Org sind. Das ist der neueste Trend. Das ist die Revolution, auf die wir wirklich alle gewartet haben. Toll, da bewundere ich wirklich sämtliche Kollegen. Das ist wirklich ganz groß. So wird sich die Welt sicher zum Besseren verändern. So werden wir das machen. Natürlich muss man auf der Kabarettbühne mit Klischees spielen, aber irgendwo ist dann auch wieder gut. Ne? Hm, meine Meinung. So, da kommt jetzt irgendwas im Chat. Sag etwas, damit Leopold weiß, dass du da bist. Hm. Hm. Ich bin paranoid. Ja, ja. Paranoar. Auch schön. Auch schön, ja. Paraboloid. Parabolit. Das glaube ich nicht. Ich kenne dich ja persönlich und du hast eine ganz andere Körperform. Weil das haben wir ja gelernt. Das ist ja der Parabolspiegel in Physik. Das ist ja so ein Parabolspiegel. Zum Beispiel im Autoscheinwerfer ist ein Parabolspiegel drin. Und man kann in einem Parabolspiegel, wenn die Sonne scheint, einen Spiegel machen. Das habe ich mir aus Physik gemerkt. Darum zum Beispiel mische ich mich kaum ein, wenn es in Facebook um Physik geht. Weil ich weiß, dass ich davon nichts weiß. Wissen Sie? Das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes im Leben, sich solche Dinge bewusst zu machen. Dass man vielleicht lieber den Mund halten sollte, wenn man keine Ahnung hat. Das ist ja etwas, das heutzutage doch auch wieder verschwindet. Interaktion, Interaktion. Finde ich jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll, aber bemüht. Bemüht. Da gibt es wirklich einen Sympathiepunkt von mir. Es folgt jetzt die Gucki Hofbauer, die das sicher grandios machen wird. Ich werde exakt zehn Minuten hier einhalten und möchte mich von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns unter Umständen wieder. Jetzt habe ich keinen Flyer da. Oh, das waren die zehn Minuten schon. Ich habe es schon verschrien. Ich habe es schon verschrien. Kommen Sie vielleicht auf meine Künstlerseite Leopold Thorisa oder auf die Seite vom Duo Thorisa und Handle. Dann erfahren Sie da, wie es irgendwann irgendwie mit uns weitergehen wird. Sonst vergessen Sie es wieder. Vergessen Sie es. Trinken Sie noch ein Glas und einen schönen Abend noch. Hallo, grüß euch. Da ist der Unwohlstifter Artino. Ohne meine zwei Musiker heute. Die sind natürlich zu Hause. Brav, in Quarantäne. Ja, anscheinend haut es hin. Okay. Also, da oben sage ich gleich dazu. Weil da kommen wir nachher nicht mehr dazu. Da könnt ihr schauen. Im YouTube und im Facebook gibt es unser neues Lied Heimchen. Das haben wir aus aktuellem Anlass. Ja. Ja. Das ist mein Hund. Mit dem bin ich schon seit 8 Wochen eingesperrt. Sage ich es. Umher habe ich durchgegangen. Also, ich habe natürlich unter Quarantäne auch ein paar cloreiche Ideen gehabt. Die waren teilweise wirklich fürs Klo. Aber ein paar sind doch was wollen. Und ich muss sagen, mir ist jetzt in der Quarantäne eigentlich nichts angegangen. Großartig. Gar nicht. Also, ich habe meinen Hund. Das Einzige, was ein bisschen ungut ist jetzt schon langsam. Also, ich vermisse schon ein bisschen Gruppensex. Ja. Ja. Nein. Also, wenn man das einmal gewandt ist, das ist. Das ist wirklich traurig. Wobei, Social Distancing, muss man sagen, das Wort ist ja nicht neu. Also, für mich gibt es Social Distancing mindestens seit Smartphone, Internet und Handy. Weil bitte, wer schaut heute noch irgendwen an? Wir sind ja eh schon auf sozialer Distanz. Wenn du reingehst in die Straßenbahn, jeder schaut. Also, jetzt müssen wir uns ja wieder anschauen. Das ist jetzt das Neue. Weil jetzt müssen wir schauen, halt derjenige eh den Abstand richtig ein. Ja. Möglicherweise müssen wir dann auch noch darauf aufmerksam machen. Ich in meiner persönlichen Liste der Social Distancing Stars, Ich habe mir überlegt, ja Platz 1 ist der Kim Jong-Un. Der hat das super gemacht. Der ist wie vom Erdbruch verschluckt. Weiß man nicht. Ist er tot? Ist er nur krank? Also, der macht das super. Der wird sicher nicht krank, glaube ich. Der hat sich rechtzeitig zurückgezogen. Und Platz 2 ist bei mir das Trio Infernale. Die drei Muskeltiere. Man sieht es im Fernsehen immer, wenn es reingeht im Parlament. Vorhin geht der Kogler. Der muss vorhin gehen wegen der Alkoholfanne. Wenn man nach hinten gegangen ist, dann dürfen die anderen stürzen. Und als Schlusslicht der Anschober. Und in der Mitte der Babyelefant. Kanzler Kurz. Ja, er ist ja wirklich ein kleiner Babyelefant mit seinen großen. Weil der Rüssel wird ihm schon noch wachsen. Da bin ich mir sicher, weil jeder Politiker hat ihm dann noch lange Nasen von Lügen bekommen. Peter Pilz habe ich ja, der hat auch einen Rülpser sich erlaubt zum Thema Corona. Der hat gesagt, wir müssen jetzt in dieser Krise an einem String ziehen. Ja, also jeder hat von den Politiker auch seine Art, wie er das auf den Punkt bringt. Der Kogler zum Beispiel, der hat wie die Kamera schon abgedreht war, hat er gesagt, wie bekämpfen wir die Bären? Mit Bären! Prost! Ja, aber der Kurz hat alles im Brief, oder? Seien wir uns ehrlich, eigentlich hat er alles im Brief. Ich glaube, dass die sogar schon bauen. So eine kleine Bastei zu Ehren von Kanzler Kurz. Die Bastei Basti. Der wird nur viele Denkmäler bekommen. Wer kein Denkmal bekommt, ist Ischgl. Das sind jetzt irgendwie die Buben meiner der Nation, oder? Also in Ischgl habe ich gehört, da dauern sich die Einheimischen, wenn ich mal sagen, dass sie aus Ischgl sind, wenn da wer kommt, wenn einer wer entgegenkommt. Die tun die Arten vor das Gesicht. Ich von Kosovo! Nichts verstehen! Kosovo! Andere Mauste! Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die jetzt ihre Postkarten einstampfen, weil sie sich so schaumann für Ischgl. Traurig, oder? Aber ich bin mir sicher, die werden auch wieder wie der Königs aus der Asche hinaufsteigen. Und jetzt müssen wir alle schrittweise in die neue Normalität bitte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wie ist die neue Normalität lieber als die alte Abnormalität. Und da haben sie sich jetzt überlegt natürlich im Parlament, wenn lassen wir jetzt zuerst aufsperren. Also bei den Schulen zum Beispiel. Ja, zuerst die Hunderschuhe, dann die Baumschuhe, dann die Waldorfschuhe, dann die Gayschuhe, zum Schluss die Fangschuhe. Ja, das muss alles in seinen geregelten Gang gehen. Und bei den Verwandten, da haben wir auch lange überlegt, wenn, bloß ich besucht, dann kommt man zuerst, vielleicht zuerst die Unsympathischen. Die Schwimu, diese kannte Tante, den bösen Onkel, den Bruder Jakob, die Stiefschwester Esther, und den Schwib-Schwager. Und erst dann, wenn die das alle überlebt haben, Oma und Opa. Wenn sie die noch überleben. Weil das dauert eine Zeit. Das sind Inkubationszeiten und Testungen. Das ist nicht leicht mit den Großeltern. Okay, also. Oh, Isole Mio, ist isolierlich. Isole Mio, sitzt da hab ich mein Bierli. I can't get no desinfektion. I can't get no desinfektion. Oh, so bist du. Ja, so ist das, gell? Ah, und jetzt sind wir ja schon wieder fast in der fortgeschrittenen Zeit. Wie sind wir denn? Zeit 37. Okay, dann spiele ich jetzt noch ein Lied, und zwar das Lied Heimchen von den Unruhstiftern. Und das kann man auch sehen, wenn man da oben Aratino eingibt, die Unruhstifter im Facebook zum Beispiel. Okay. Mein Rom ist mein Ohr am Kastl. Denn dann sitzt ich mit meinem Wastl. Denn ich stündlich Fiebern ist. Wir sind im Corona-Stress. Mit der Gasmasten am Topf. Geh'n die Venen aus am Topf. Weil wenn ich in dieser Krise mach' ich täglich Dialyse. Die Playstation hat Blähungen. Kein Wunder, sie läuft heiß. Daher meine Empfehlungen spielt einfach gegen Scheiß. Damit ihr nicht ins Grübeln kommt. In Corona, der keinen verschont. Empfiehlt sich scher'n Schnittpapier. Im letzten Rest vom Klopapier. Wie ich aufhäng' als wir landen. Fürs Kackl ist nix mehr ein Vorhang. Wir kleben auf der Bete ein bunter Steinchen. Wir sind bloß noch echte Heimchen. Das sind Fätschen auf der Hallauer. Über eine unbekannte Dauer. Nehmen wir uns ein mit Frau und Kind. Weil wir dank Corona echte Heimchen sind. Corona, Corona. Warum bleib's so lang? Corona, Corona. Mir wird Angst duffern. Ich bin kein Hotel Corona. Alles so schlecht, ich hab. In Woche 4 hab ich unverdrossen 5 Jahre im Voraus Blei gegossen. Am Abendbog kecht ans Treppe. Wenn ich mich selber lieb. Das ist die Stelle wieder, wo ich mir dann auszieg'. Ja, das ist ein bisschen sexuell. Nun sind kein Luxus, keine Kiro. Und nur wer zusammen hat mit mir. Klebe auf der Bete ein bunter Steinchen. Wir sind nur noch echte Heimchen. Mit dessen Fätschen auf der Hallauer. Über eine unbekannte Dauer. Spreng wir uns ein mit Frau und Kind. Wenn wir dank Corona echte Heimchen sind. Ich dreh Tage lang. Wir drehglocke. Bin ich fertig. Komm ich drauf. Dass mich in niemand läufst. Also dreh es wieder auf. Wieso, ich treuze alle meine Träne. Ich bin nur noch mit Alexa. Doch die ist auch in Quarantäne. Aber sie hat Angst. Ich steig so am Balkon. Halt ich eine Rede. Zur Lage der Nation. Mein Hund bestrafte Bete. Von Schaff in mir Ration. Corona. Ja, kommt dann. Also mein Hund ist auch da. Corona. Zum Abschied sag ich dir goodbye. Corona. So schnell geht Pandemie vorbei. Ich dreh wieder feiern. Abends hab ich 39 Fiegel. Und lebt die Schwester Influenza in mir. Danke. Ich setze mir jetzt meine selbst gebastelte Maske auf. Da bin ich Star in unserem Viertel. Viertel hat viel Spaß. Und jetzt kommt der Elias Werner. Wo wir uns sagen lassen. Baba. Ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie den Menschen, die die letzten Wochen verbracht haben. Ich habe mir ja so diese Zeit der Ausgangsbeschränkungen total romantisch vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, ich werde mich sicherlich wochenlang einigeln. Ich werde schreiben. Am Ende der Zeit habe ich ein komplett neues Programm. Ja. Nein. Habe ich nicht. Ich habe aber viel ausprobiert. Ja. Also ich habe zum Beispiel ausprobiert Sport. Ja. Laufen durfte man ja alleine draußen. Also Prater Hauptallee. Meistens ganz zeitig in der Früh oder ganz spät am Abend, wenn keiner unterwegs war, bin ich immer hin und da. Allerdings relativ langsam. Nämlich so langsam, dass mich irgendwann einmal ein Hund mit einem Hydranten verwechselt und mir ans Bein gepinkelt hat. Da bin ich dann eher auf Indoor ausgewichen und habe gedacht, okay, vielleicht probiere ich es eher mal wieder mit Yoga. Yoga. Also die Beziehung zwischen Yoga und mir, die ist ja nicht die beste, muss ich gestehen. Also das kommt schon von vor Corona Zeiten noch her. Und da habe ich einmal Yoga ausprobiert in einem Studio. Und ich war überfordert. Ich war überfordert aufgrund dieser Übungen, die man dort machen kann. Die Kobra. Der herabschauende Hund. Bei mir war es ein toter Dackel. Oder dann gab es eine Übung, die kannte ich wenigstens noch in den Schulturnern. Also diese Übung, wo man die Beine so Richtung Decke raufstreckt. Die Kerze nennt sich das. Allerdings bei mir war beim Teelicht Schluss. Und dann bin ich damals dort gesessen, in dieser Teelichtposition, in dem Studio. Um mich herum sogar zellenartige Damen. Ja, so 1,75 Meter, 45 Kilo Lebendgewicht in den hautengen Yoga-Leggings. In der Pause haben sie sich dann immer unterhalten über ihren aktuellen Lieblings-Smoothie. Daneben dann ich in der aussadengrauen Jogginghose. Hab dann gesagt, ich habe auch einen Lieblings-Smoothie. Ja, der ist großgrün und nennt sich Mojito. Freundinnen habe ich keine gewonnen. Immerhin habe ich damals schon meine Lieblings-Yoga-Übung entwickelt. Den aufgehenden Mittelfinger im Morgenrot. Und das war dann die einzige Übung, die ich auch so zu Hause während der Isolation praktiziert habe. Ist super. Kann man auch super machen jetzt, wo man wieder an der Arbeit ist. Aufgehender Mittelfinger im Morgenrot. Oder auch, wenn man mit den Öffis unterwegs ist. Genau. Übrigens, wenn ihr mit den Öffis unterwegs seid und ihr habt irgendwie so einen Tag, wo ihr sagt, ich weiß nicht, die Stimmung ist heute, ich fühle mich heute nicht so ganz wohl. Da gibt es eine super Übung, die man machen kann. Und zwar in den Öffis. Einmal Blick in die eine Richtung. Sich den einen Nachbarn anschauen. Blick über die Mitte in die andere Richtung. Sich den anderen Nachbarn anschauen. Dann den Blick in die Mitte zurück. Sich selbst anschauen. Und dann hoffentlich feststellen. Im Vergleich zu den Menschen links und rechts von mir habe ich es gar nicht so schlecht erwischt. Steigert die Stimmung wirklich gut. Kann man auch zu Hause machen. Wenn man vielleicht eh die Scheidung plant. Einmal links, einmal rechts. Und die Sache ist geritzt. Ja. Also Yoga war es auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht, vielleicht ist es auch mehr, vielleicht muss ich die Zeit mehr nutzen, um zu reden. Nämlich nicht nur mit mir selber. Das ist zwar super, weil ich fast immer irgendwie mit mir einer Meinung bin. Aber mit anderen Menschen. Andere Menschen kennenlernen. Also habe ich dann bei den Zeugen Jehovas und bei der GIS angerufen, ob sie nicht jemanden vorbeischicken können zum Plaudern. Die Zeugen Jehovas haben nur, oh mein Gott, geschrien und haben aufgelegt. Und die von der GIS, die haben gesagt, wenn ich mich weiter so deppert verhalte, kriege ich einen zweiten Verweis in ihrer Akte. Den ersten Verweis habe ich schon vor einigen Jahren abgestaubt. Dass plötzlich ein Herr von der GIS vor meiner Tür stand und gemeint hat, ja, ich muss das jetzt alles kontrollieren. Habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe nur einen ganz alten Fernsehapparat. Glaube ich, muss ich den nicht melden, oder? Habe ich gesagt, doch, doch, sobald man ein stationäres, empfangsbereites Gerät hat, zahlt man GIS-Gebühr. Und ich war damals echt baffig, dass ich gesagt habe, aha, okay, wenn das so ist, könnte ich ja auch Kindergeld beantragen, oder? Ich meine, ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe ein empfangsbereites stationäres Gerät dafür. Ja, sie haben dann niemanden vorbeigeschickt. Somit habe ich auch keinen zweiten Aktenverweis bekommen. Aber, ja. So habe ich mich halt hier auf Facebook ein bisschen umgeschaut, womit die Leute sonst ihre Zeit verbringen. Sehr viele Menschen haben auch die Zeit verbracht, eben mit so Dingen wie Heimwerken, Handwerken, ja, irgendwelche Dinge montieren, irgendwelche Dinge reparieren. Das ist nicht so meins, nein. Auch wenn meine Eltern wirklich sich Mühe gegeben haben, also sie haben mich ja auf einer großen permanenten Baustelle aufwachsen lassen. Ja, mein erstes Wort war nicht Mama, Papa oder Auto, sondern Bandschleifmaschinen, Schleifpapier. Mein erstes Spielzeug, das war so ein kleiner roter Schlitzschraubenzieher. Aber ich bin einfach total brotschert. Ich kann nichts reparieren. Also, das Problem ist halt, ich brauche dafür dann immer so Professionisten, ja. Ob es jetzt ist, Autoreifen wechseln, Autoservice, ja. Klassiker. Vor Corona habe ich mein Auto zum Service gebracht, wollte es nach ein paar Stunden normal abholen. Sagt dann der Automechaniker zu mir, ja, Frau Hofbauer, es ist ein bisschen schlimm, als was ich gedacht habe mit dem Auto. Ich meine, die Batterie ist in Ordnung. Die würde dann nur ein neues Auto brauchen. Was macht man da? Dann hat vor Corona, ja, hat mir der Mann von meiner Putzfrau meine neue Klumuschel installiert. Super, ja, ganz toll eingepasst. So direkt, direkt unter dem Waschbecken. Ich habe gesagt, ob es nicht vielleicht ein bisschen genauer geht. Sagt er zu mir, ja, dann müssen Sie es selber machen. Ja, und dann war Corona, ja, dann habe ich mir YouTube Tutorials angeschaut, wie man so etwas macht. Und um ehrlich zu sein, ich habe es hinbekommen, ja, ich bin jetzt die Einzige im ganzen Haus mit einer Warmwasserspülung. Aber das war es dann auch mit Heimwerken, ja. Dann habe ich beobachtet auf Facebook, momentan dürfen wir ja nicht auf Urlaub fahren, außer auch von Österreich, so Flugreisen eher nein. Aber es gibt viele Menschen, viele Menschen, die jetzt schon sich überlegen, wenn wir fliegen dürfen wieder, wo möchte ich hinfliegen? Ich mache das nicht. Nein, ich reise lieber mit den ÖBB, den österreichischen Bummelbahnen. Ich habe nämlich Flugangst. Ja, ich habe totale Flugangst. Also, es hat mit dem letzten Flug zu tun, den ich erlebt habe. Also, da nämlich die Flugbegleiterin irgendwann durchgesagt hat, so, für unsere raufenden Passagiere öffnen wir demnächst die Terrassenbereiche links und rechts der Passagierkabine und zeigen Ihnen dort den Film von Winde verweht. Da reißt man schon die Panik auf, ja. Da denkt man sich, gut, Auto oder österreichische Bummelbahn, alles andere brauche ich nicht. Womit habe ich meine Zeit dann noch verbracht in der Isolation? Also, ich habe mitbekommen, viele haben ja angefangen zu saufen. Also, ein Altglas-Container hat man gesehen, total voll. Und ich glaube, die meisten haben ja gesoffen nach dem Motto, Alkohol, du edler Geist, so oft du mich auch niederreißt, reißt du mich auch zehnmal nieder, ich stehe auf und saufe wieder. Oder nach dem Motto, das Wasser gibt dem Ochsenkraft, dem Menschen Bier und Rebensaft. Drum sei froh, so wie es ist, dass du kein Ochs geworden bist. Ich glaube, es haben auch vorwiegend eher Leute dem Alkohol sehr zugesprochen. Entweder die ganz alleine waren, habe ich mitbekommen, oder auch die, die Kinder zu Hause hatten. Homeschooling oder vielleicht sogar Teenager-Kinder. Ich habe jetzt selber keine Kinder im Teenager-Alter, aber mein Nachbar. Mein Nachbar hat einen Sohn, der ist gerade 14. Und ich kriege irgendwie mit, das ist keine einfache Zeit. Und mein Nachbar hat mir dann einmal natürlich auf Abstand erklärt, sein Sohn, der redet nur einmal mit so komischen Wörtern. Nur einmal Jugendsprache. Er versteht überhaupt nicht, was dieses Kind den ganzen Tag vor sich gibt. Und da habe ich mir gedacht, ah cool, ich brauche eh eine Beschäftigung für die Zeit. Ich schreibe doch einfach darüber ein Lied. Und dieses Lied ist meinem Nachbarn gewidmet, dem Vladi. Also Vladi, liebe Grüße, wenn du da draußen in der Welt bist. Und ja, Vladi ist gebürtiger Russe. Akzent und Musik geschrieben. So, bevor ich beginne, brauchst du ein paar Vokabeln, damit du verstehst das Lied. Kennst du Vokabel Faltenbati? Faltenbati ist Verwandtschaftstreffen. Detzter. Detzter ist Vater. Unverhopft ist Nüchtern. Hirnblehung ist Deppertsein. Und dann kannst du noch überlegen, vor Bildschirm zu Hause, was ist Fummelbunker? Fummelbunker ist Diskothek. Und Mafia-Torte. Mafia-Torte ist Pizza. So, und jetzt passt auf. Ich spiele vor. Für alle Menschen da draußen, die Teenager-Kinder haben. Ganze Tage sitzt im Zimmer, rappt Musik ganz laut. Drinnen fölz wie Iltis, dass die aus die Batschen haut. Nichts will gehen, Faltenbati. Mit der Erzeuger-Fraktion. Euter Detzter bist du Opfer. Das ist seine Tom. Weil meine Sohn ist Teenager in der Pubertät. Meine Sohn ist Teenager. Das ist Blätt. Morgen geht er Fummelbunker. Lungenbräunen ist voll ihm. Und am Heimweg Mafia-Torte. Euter Gimmabim. Unverhopft bedeutet nicht an Chiemliung ist Deppertsein. Ja, das ist die Jugendsprache von ständig online sein. Weil meine Sohn ist Teenager in der Pubertät. Meine Sohn ist Teenager. Das ist Blätt. Er klingt wie kastriertes Frosch. Schaut aus wie zerrupfte Huhn. Bewegt sich wie faule Sau. Pubertät, was kann man tun? Eine Sache ist Gutes. Mittler Krisis wird's nie geben. Weil die Pubertät beim Mann dort länger als seine Leben. Ja, so ist das mit den Teenager-Kindern. In diesem Sinne vielen Dank an Fladi für die Inspiration. Vielen Dank für eure Geduld. Doch trotz der technischen Herausforderungen heute. Danke auch für die Geduld bei den Kollegen und bei Redeo. Ja, Infos zu den neuesten Terminen, wenn es dann wieder welche geben wird, auf www.gukihofbauer.at Und jetzt darf ich anmoderieren meinen lieben Kollegen, den Elias Werner. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm und noch einen schönen Abend. Und macht es gut. Baba. Was sind deine Pläne? Ich glaube, ich bleibe ein paar Tage daheim. Ich gönne mir ein bisschen Zeit für mich. Ich brauche das nach den sechs bis sieben Wochen Einsamkeit. Und ich habe auch in den, waren es jetzt sechs Wochen und sieben Wochen, man weiß es ja nicht so wirklich. Und ich habe oft in den Wochen darüber nachgedacht, ob ich mir vielleicht ein Haustier zulegen soll. Zum Beispiel, weiß nicht, so einen Angora-Cuts hätte ich gern gehabt. Aber die habe ich nie haben dürfen. Weil die Monika wollte lieber einen Hund haben. Ein italienisches Windspiel. Und wir haben uns aber geeinigt auf eine Schildkröte. Sowas hatte ich schon mal als Kind, den Rocco. Und von Haustieren lernt man ja letztendlich auch ein bisschen lieben. Bei einer Schildkröte gibst du und gibst du und bekommst nie was zurück. Auch ein Sinnbild für das Leben und die Liebe. Und Schildkröten sagt mir danach, sie werden sehr weise und friedliche Tiere. Aber lassen sie sich nicht ihre führen von den Viechern. Wenn ein Panzer hat, will auch Krieg führen. Wissen Sie übrigens, wie man seinen potenziellen Pornonamen herausfindet, falls sich jemand nach der Krise umschulen lassen möchte, weil es keine Arbeitsplätze mehr gibt. Das ist ganz einfach, man nimmt einfach aus Vornamen den Namen des ersten Haustiers und aus Nachnamen die Straße oder die Gasse, in der man aufgewachsen ist. Also mein Pornoname wäre zum Beispiel Rocco Hartl. Ja, schöner Pornoname finde ich. Was wäre Ihre? Das können Sie jetzt unten in die Kommis reinschreiben. Was wäre Ihr Pornoname, Ihr potenzieller Pornoname? Dann können wir gemeinsam vielleicht nachher noch ein bisschen an einer Business-Idee, an einem neuen Geschäft arbeiten. Ich freue mich schon auf Ihre Pornonamen. Pro Pornoname muss es ein bisschen sexier werden, diese ganze Pandemie heute. Es ist schon sehr heiß. Es ist schon Mai. Das Wetter ist sehr warm und ich sitze immer noch zu Hause und spreche in die Kamera, statt vor allem Publikum zu spielen. Und ich wollte ja heute eigentlich was auf meine Gitarre spielen und ein Lied vorspielen von einem kommenden Album meiner Band, Patiri Patau, die schönste Band der Welt. Doch leider ist mir die D-Seite gerissen und Popmusik funktioniert ohne D nicht. Also ohne D funktioniert Popmusik und schon gar nicht Liebeslieder. Und deswegen habe ich mir überlegt, also A, D und D, potenziellen Hitmaker. Deswegen habe ich heute meine Lesebrille auf und werde vielleicht was vorlesen aus einem Theaterstück, das ich vor Jahren, als ich noch minderjährig war, geschrieben habe. Ja, es ist zwar nur ein Fragment, aber ich warte mal auf die Subventionen und auf einen Platz im Burgtheater. Ja, wenn man dann wieder spielen darf. 20 Quadratmeter Platz für jeden Zuschauer. Das ist realistisch. Und vielleicht lese ich das einfach vor und dann sehen Sie ja selbst, ob ich Subventionen verdient hätte oder nicht. Das Setting ist einfach erklärt. Das war, ich bin am Weg in die Stadthalle, in der U6. Das sind wir gerne Stadthalle und U6. Also U6, das waren mal zivilisatorische Errungenschaften, die man heute nicht mehr braucht. Und bin am Weg zu einem Fiktionalen Auftritt. Und in der U-Bahn erlebe ich dann folgendes Szenario. Und ich finde, es ist jetzt Zeit für ein wenig Hochkultur. Hier bei Pandemics. Vorgetragen von einem Schauspielschüler der Schauspielschule Kraus. Der zweitschönste Tag im Leben eines Mannes. Fragment einer Tragödie in einer Szene. Figuren. Andreas Breutigam. Markus Mösenbichler, genannt Mösi. Hikmet, genannt Hickey. Thomas, genannt Turbo. Benji, genannt Würstelbenji, weil er vor Jahren eine 4 Meter Bratwurst alleine verzehrt hat. Sowie eine Burka-Trägerin. Alle 5 Männer, Anfang 20, tragen ein T-Shirt mit dem Aufdruck Das war's im Star Wars Schriftzug, darunter kleingedruckt mit seiner Freiheit. Alle. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, äh, wurscht. Dann steht die U-Bahn halt immer nur, solange ich mit meinen besten Haverern rülpst. Ungustiös. Eben. So ein Tag, la la, la la. Turbo. Und der Benji liegt schon wieder in der eigenen Speibe. Alle. Typisch Benji. Ha, ha, ha. Hikmet. Das, die ist sicher schon kalt. Wenn's am Nordpol in der Kötin liegst, gibt's nur a Möglichkeit, wie du dich wärmen kannst. Turbo. Hiki, du hast recht. Wie immer. Hiki-pedia. Turbo und Hiki öffnen ihre Hosen und wollen auf Benji urinieren. Mösi geht dazwischen. Wir sind aber nicht am Nordpol, nicht? Turbo. Herst Mösi, Spaßbremse. Hikmet. Ja, Spatzbremse. Sei nicht immer so ein Streber. Oder soll man dir wieder in die Schultasche scheißen? Turbo. Ist noch Spaß? Hast kein Hamur? Komm her, Mösi. No. Homo. Mösi. Sollten wir Benji nicht zumindest aufsetzen? Immerhin liegt die Wahrscheinlichkeit, im betrunkenen Zustand am eigenen Erbrochenen zu ersticken bei. Hikmet und Turbo urinieren auf den bewusstlosen Benji. Turbo. Andreas. Mach ein Foto. A Beidel Selfie. Andreas greift nach seinem Smartphone, lässt es jedoch fallen. Es landet in der Lache aus Erbrochenem und Urin. Jetzt ist das Speilpfon. Juhu. Krieg ihr ein Neichs. Ich liebe euch, aber nicht so sehr wie die Anna. No. Homo. Anna. A-N-N-A. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Mösi nimmt Turbo zur Seite. Wann wollen wir es ihm sagen? Was? Das mit der Anna, nicht? Psst. Halt die Pappen. Aber er soll es wissen, nicht? Glaubst du, dann könnte man nur auf seine Kosten weitersaufen? Die Stripperin ist auch schon bestellt. Willst du ihm den schönsten Tag seines Lebens versauen? Aber spätestens, wenn er heimkommt, wieder es merken, nicht? Mösi. Sehr amoi. Leihwand. Hikmet blickt in den Wagen und erkennt eine vermeintliche Person des öffentlichen Lebens. Burschen! Burschen! Ist das nicht dieser Komedien? Na sicher! Dania Varanda! Ruft rüber. Herst Lustiger! Hey! A zöern Witz! Du bist so lustig! Du müsstest zu uns in die Firma kommen! Des is a Kabarett! Der Kabarettist reagiert nicht. Na bist du zu gut? Geschissenes ORF-Oarschloch! Geh scheißen! Wichser! Turbo. Die krieg ma ahno! Wer braucht die? So lustig wie der Mario Bart kunst das eh nie sein mit dem intellektuellen Scheißdreck! Turbo wirft eine leere Bierdose in Richtung des Kabarettisten und trifft ihm am Kopf! Mösi. Ich glaube ihr verwechselt ihn! Nicht? Das ist der Homayon Seepferd! Andreas. Kabarett ist für alte OR-Schlächer! Ihr wühlt quasteln und futtern sehen! Mösi. Ich mein man wird nie den besten Witz übertreffen können! Nicht? Hikmet. Und welcher soll das sein? Deine Mutter? Turbo. Deine Mutter arbeitet beim IKEA als unterste Schublade! Alle! Ha! 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 Mösi. Nehmen wir an, ein Gott oder eine andere omnipotente Figur hätte das Leben erschaffen, nicht? Dann wäre das der ultimative Witz und der Tod eine unübertreffliche Schlusspointe, nicht? Das wäre doch die Erklärung für alles, nicht? Warum Gott nie antwortet und alle schleifen lässt, nicht? Wenn man den besten Witz aller Zeiten erfunden hat, geht man nach der Schlusspointe von der Bühne, nicht? Das Jerry-Louis-Prinzip, nach dem größten Lacher abgehen, nicht? Andreas. Mösi. Heut die Guschen. Aber ich liebe dich. No homo. Aber nicht so sehr wie meine Anna. 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 A-N-N-A. Als wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Mösi. Zu Turbo. Wir müssen ihm sagen, dass ihn die Anna verlassen hat. Die wollten immerhin morgen heiraten, nicht? Turbo. Das wird sie wohl nimmer ausgehen. Lacht. Die hat ihm die Wohnung leergramt und hat sich über Tizer gehaut. Hikmet. Die Anna war eher bläde funsen. Mösi. Was ist mit euch? Die Verlobte von Andreas hat ihn verlassen und er weiß nicht einmal, dass es so ist, nicht? Der Benji ist wahrscheinlich an seinem eigenen Erbrochen erstickt, nicht? Laut schluchzend. Und das Einzige, was euch interessiert, ist Saufen und eine Stripperin. Andreas. Was für eine Stripperin? Krankenschwester? Polizistin gar? Turbo. Oder eine Burka-Trägerin? Alle. Ha. 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 Burka-Trägerin. Seid ihr die Gruber Bachelor Party? Turbo. Ja. Woher wissen sie das? Burka-Trägerin. Weil sie mich für heute engagiert haben, ich bin allerdings in der U-Bahn stecken geblieben. Hikmet. Sie sind die Stripperin? Andreas. Aber wie soll das gehen? Sie sind doch eine streng religiöse Frau. Wie? Wie? Wie können sie Stripperin sein? Burka-Trägerin. Ich kann privates und berufliches trennen. Sie beginnt lasziv an der Mittelstange des Waggons zu tanzen. Wenn Allah das nicht kann, ist das sein Problem. Vorhang. Ja, vielen Dank für den Applaus. Der Vorhang fällt. Der Vorhang fällt auch heute für dieses Format. Pandemics. Die letzte Folge. Und ich bin auch eigentlich der Letzte. Ich muss nachschauen, ob noch kommt der Elias nach mir noch oder nicht. Ja, ich schau jetzt nach. Ich warte auf die Regieanweisung, sonst mache ich jetzt die Abmoderation. Das war jetzt das letzte Pandemics in der Geschichte der Menschheit. Ich bin schon zwei Minuten drüber. Deswegen bedanke ich mich bei der Jules und bei Christian Stipsitz für die Initiative. Es war sehr schön. Es waren schönes sieben Folgen. Oh, jetzt kriege ich die Regieanweisung. Oder auch nicht. Ah, okay. Ich mache jetzt die Abmoderation. Gut, ich mache die Abmoderation. Super, gut. Und ich wurde ja auch von der Regie gebrieft, dass ich eine persönliche Abmoderation machen muss. Und das ist schwierig. Und ich habe, das ist natürlich ein großer Druck bei der allerletzten Folge, etwas Schönes zu finden. Ein schönes Schlusswort. Vielleicht kann die Liebe nichts verändern, aber sie versüßt die Niederlage. Ah, ist zu pathetisch. Oder vielleicht mit, alles wird gut. Man kann es immer noch an glauben oder auch nicht. Oder vielleicht mit, der letzte dreht das Licht ab. Gute Nacht Bernhard Victorin. Gute Nacht Leopold Thoriser. Gute Nacht Gugge Hofbauer. Gute Nacht Artino Bachinger. Gute Nacht Elias Werner. Gute Nacht Künstler Agentur Ritio. Gute Nacht Liebespublikum. Schlafen Sie gut. Bleiben Sie gesund. Und hoffentlich sehen wir uns alle im Herbst wieder im Theater ihres Vertrauens. In ewiger Liebe. Hormion Herbert Clarabella Seefahrt. Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht